Servus zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem kleinen Video zu Armored Warfare, in dem Fall ein Übersichtsvideo der 5 neuen Panzer, hier in der Eisausführung. In dem Fall, wir gehen es mal ganz kurz durch, das Objekt 430, der UF-40, M60A3, T-72 und Leopard 2AV, das sind die 5 neuen. Und an diesem Punkt ein kleines Kompliment an die Jungs von Armored Warfare, weil ich habe bei den Merk-Panzern so ein bisschen kritisiert, dass bestehende Premium-Panzer einfach nochmal in ein anderes Kleidchen gezwängt worden sind und dann wurde daraus wieder Geld gemacht. Hier ist es jetzt eben, in Anführungszeichen, nur noch bei dem Objekt 430 so und bei einem Panzer kann man es ganz klar verschmerzen. Also das Objekt 430 gibt es auch jetzt schon als Premium. Alle anderen Panzer, UF-40, M60A3, T-72 und Leopard 2AV, diese sind alles normale Panzer, die es so als Normalpanzer eben gibt. Und die Ausführungen hier, diese Eis-Ausführungen, das sind gleichzeitig die Elite-Ausführungen, also hier die wirklich Top-Tier. Und dementsprechend, wer sagt, UF-40 hat mir saugut gefallen, aber ich musste ihn abstellen, weil er hat mir zu wenig Credits abgeworfen. Dem ist jetzt hier sozusagen geholfen worden. Schaut sehr gut aus, dem Panzer steht das Kleidchen mit dem Tiger oder mit dem, auch mit dem Tiger, sag ich schon, mit dem Eisbären. Sehr, sehr gut. Alles Kampfpanzer, also hier keine TDs oder sonstiges, keine Scouts, keine Lights, nichts, sondern alles die Jungs, die an die Front wollen. Der M60A3, auch ein sehr schöner, aber ich kann ihn jetzt schon mal vorwegnehmen, der Leopard 2AV ist meines Erachtens der hübscheste. Und, weil ihr euch jetzt natürlich denkt, was zeigt er uns die denn überhaupt? Es ist ja Weihnachten und Armored Warfare, so wie ich, wollen euch beschenken. Und so wie es bei den Mercpanzern auch war, gibt es hier diesmal auch wieder zwei Codes zu gewinnen. Der erste Code geht hier direkt bei dem Video raus, das heißt, da einfach kommentieren, ein Abo muss nicht sein, wäre aber sehr lieb an dieser Stelle, bekommt einen Code. Und bei Wargames News gibt es auch einen, da wird das Video ziemlich zeitnah nach diesem Video hier auf der Homepage auch veröffentlicht und auch da einfach dann den Beitrag kommentieren und da macht ihr auch da mit. Und aus Erfahrung kann ich euch sagen, wenn ihr da kommentiert, habt ihr sogar größere Chancen als bei YouTube, weil einfach natürlich sozusagen die YouTube Videos noch besser kommentiert sind als die Homepage. Also kleiner Wink mit dem Zaunfall Wargames News, da erhöht ihr eure Chancen nochmal beträchtlich. Die Verlosung geht bis zum 27.12., das heißt, am Sonntag selber könnt ihr noch kommentieren, am 28. den Montag, da wird dann das Ergebnis verkündet. Das heißt, da braucht ihr nicht mehr kommentieren, wenn ihr es also am Montag den 28. anschaut, da hat schon jemand gewonnen und ist schon jemand verkündet worden. Ja, und wie ich es gesagt habe, Leopard 2 AV ist einfach das Highlight. Dann bleibt mir nichts mehr zu sagen als ein frohes Fest, schöne Weihnachten, ich drücke allen von euch natürlich die Daumen, Armored Warfare tut das auch, also von dem her zwei Glückliche wird es geben. Ich wünsche euch alles Gute, besinnliche Feiertage, euer Alcaramba.